Ich will ja gerne mal wissen, was du willst, denn hab ich halt alles eingeschickt, oder? Ja, müssen wir einfach vorsitieren. Wenn wir sind da, und wir sind schon mal fangen, wir finden, was in der Zeitung vorhin war. Wir sind hier ganz von der Assi-Gegend. Wer ist jetzt schon? Ja, ich denke, wir sind hier bei der Assi-Gegend. Was ist das? 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 Was ist das?